Herzlich Willkommen bei 21 BAU TV. Da haben wir ja gestern den richtigen Zeitpunkt erwischt, um nochmal die Armierung zu sehen. Und heute wird schon hier fleißig mit Flügelfländer gearbeitet, also alles betoniert, die beiden Spuren von der Stadtbahn. Ja und wegen den Diskussionen, was man eigentlich sieht, also ich behaupte, das ist eine Spur Richtung Staatsgalerie und das hier ist die Spur von der Landesstätte Staatsgalerie kommend und ein bisschen weiter rechts. Das ist ein Laufweg, denn da drin ist ja auch kein Stahl. Das wurde einfach so gekostet. Und dann verzweigt, wenn wir ein bisschen weiter rüber gehen, da wo schön der Lärm herkommt. Da gehe ich gleich hin. Und ich hoffe, heute wird es noch wackelfreier, denn ich habe das ganze schöne Cappuccino-Geld wieder verbratzt für ein neues Gimbal von DJ. Oder wie auch immer, die ausgeschlossen werden. Also ich schwäch jetzt mal rüber. Mal gucken, ob ich auch die Bedienung beherrsche. Das sieht doch mal gut aus. Also hier wird das alte Fundament aufs richtige Niveau gebracht. Da gehts an. Da gehts an. Da gehts an. Da gehts an. Untertitelung. BR 2018 Und wenn sich bei der drüberen Baustelle von der Stadtbahn auch was tut, dann melde ich mich gleich nochmal. Ansonsten sage ich jetzt schonmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!